Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play War Thunder mit Implied. Und ihr seht schon hier im Bild, heute kommt die DO 335 in diesem Let's Play vor. Die DO 335 ist auch wieder so ein typischer Vertreter, der zeigt, dass das ja ein Spiel ist und nicht die Realität. Denn was macht man in einem Spiel mit einer DO 335, die in Wirklichkeit für ganz andere Sachen konstruiert worden ist, als das, was sie hier machen kann. Fangen wir erstmal mit der Geschichte der DO 335 an. Das ist nämlich auch so ein typischer Vertreter von, ist eigentlich nie so wirklich hergestellt, gebaut oder eingesetzt worden. Die DO 335 ist 1943 übrigens als schnellstes kolbengetriebenes Flugzeug entstanden. Das heißt also, 1943 wurde sie entwickelt und genau zu dem Zeitpunkt ihres Erstfluges war sie das schnellste kolbengetriebene Flugzeug der Welt. 1944 war das dann schon nicht mehr der Fall, wo sie in Serienproduktion, ich sage das mal ganz vorsichtig in Anführungsstrichen gegangen ist. Es wurden insgesamt gerade mal 40 Maschinen von ihr gebaut, wobei nur 11 tatsächlich die eigentliche Produktionslinie darstellen. Die anderen Maschinen waren Vorserienproduktionen. Das heißt, wir sind insgesamt auf 40 Maschinen im gesamten Zweiten Weltkrieg gekommen. Der Zeitraum des Baus war 1944 bis 1945 und das Flugzeug ist niemals zum Einsatz gekommen. Eine einzige Maschine wurde tatsächlich sogar bei einem Testflug von alliierten Jagdflugzeugen abgeschossen. Zwei andere Maschinen sind auf Testflügen verloren gegangen, da weiß man bis heute nicht, woran es gelegen hat. Vielleicht auch daran, dass sie auf alliierte Luftstreitkräfte getroffen sind. Sicher kann man das allerdings nicht sagen. Diese Maschine hatte damals gleich mehrere Innovationen. Es gab zum Beispiel zum ersten Mal, weiß ich jetzt nicht, aber es ist eine der ersten Maschinen, in die tatsächlich auch ein Schleudersitz eingebaut worden ist, ob ihr es glaubt oder nicht. Das heißt also, hier brauchte man nicht mehr das Kabinendach aufmachen, sich losschnallen und dann rausspringen und hoffen, dass man an den ganzen Flügeln und Propellern vorbeikommt. Hier gab es tatsächlich schon einen Schleudersitz, man hat den betätigt und wurde aus dem Flugzeug heraus katapultiert. Wie gut das funktioniert hat, kann ich nicht sagen, denn wie gesagt, dieses Flugzeug ist überhaupt nicht mehr zum Einsatz gekommen. Ansonsten finde ich vom Design her eine sehr schöne Maschine. Als erstes fällt natürlich sofort auf vorne ein Motor, hinten ein Motor und das war eigentlich auch der Grund, warum sie 1943 zum schnellsten kolbengetriebenen Flugzeug gehört hat. Denn durch diese Anordnung, da hinten mit dem Druckpropeller, hat sie Geschwindigkeiten von bis zu 775 Stundenkilometern in echt hinbekommen. Und das bei einer Steigleistung auf 8.000 Meter, also von 0 auf 8.000 Meter hat sie gerade mal 11 Minuten gebraucht. Jetzt gucken wir uns das Flugzeug einfach mal hier im Spiel an. Die DO 335A haben wir hier einmal. Das ist die Maschine, die ich auch bereits gekauft habe. Dann gibt es die DO 335A1 und dann nochmal die Premium-Maschine 335B2. Ihr seht das jetzt hier auch, die B2 ist komplett ausgebaut, weil es eben eine Premium-Maschine ist. Wir haben hier eine Geschwindigkeit von 699 kmh. Tja, ist ein bisschen was anderes als das, was die technischen Berichte über dieses Flugzeug sagen. Gut, diese Maschinen sind noch nicht ausgebaut, deswegen können wir hier jetzt nicht genau sagen, wie viel kmh tatsächlich unterm Strich dabei rumkommen. Allerdings bezweifle ich, dass dieses Flugzeug im Spiel jeweils auf 775 kmh kommen wird, wenn es ganz normal geradeaus fliegt. Denn solche Abweichungen finden wir hier im Spiel zuhauf. Hat sicherlich auch was mit der Spielbarkeit zu tun. Die Bewaffnung von unserer 335A0, die wir uns heute angucken. 30 mm Maschinenkanone einmal, dazu 20 mm MG Maschinenkanone mal zwei. Das heißt, wir haben hier bei der Maschine drei fette Maschinenkanonen vorne drin. Wobei die 30 mm nur 70 Schuss besitzt und die 20 mm jeweils 400 Schuss. Trotz alledem ist das schon ordentlich etwas, was die da vorne drin hat. Wenn wir uns jetzt im Vergleich dazu die 335A0 angucken, die besitzt exakt dieselbe Munition. Hat allerdings die Möglichkeit, wir gucken uns das hier einmal an, auch Bomben zuzuladen. Und zwar zweimal 250 kg und einmal 500 kg. Also insgesamt eine Tonne Bomben können wir mit durch die Gegend schleppen. Reicht auf dem BR für eine halbe Base, die wir damit wegbomben können. Bringt Punkte, bringt Silverlines, bringt Geld. Und dann haben wir noch einmal die Premium Maschine. Und auch da können wir uns einmal ganz kurz angucken, was los ist. Sie kann zum einen auch die eine Tonne Bomben mit durch die Gegend schleppen. Und ganz besonders interessant, die Kanonen. Sie hat nämlich drei 30 mm Kanonen vorne drin mit jeweils 210 Schuss. Und zwei 20 mm Kanonen mit jeweils 400 Schuss. Also richtig böse von vorne bewaffnet. Trotz alledem, wenn wir uns jetzt hier einfach mal so ein bisschen den Vergleich angucken. 4.880 Golden Eagles würde sie kosten, wenn man sich die dann kauft. 5.7er Flugzeug. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 30 mm Maschinenkanonen und 2, 20 mm Maschinenkanonen. Also sie hier ist frontal noch viel, viel stärker bewaffnet. Hat allerdings nur ein Battle Rating von 4.3. Kostet aber gerade mal die Hälfte. Heißt also, wenn ihr ein Flugzeug sucht mit starker Frontbewaffnung, das relativ gut austeilt, sollte man überlegen, wo man vom Preis hin möchte. Zum halben Preis gibt es annähernd genauso viel Firepower vorne drin, wenn man auf die He 219 A7 umsteigt. Letztendlich ist es aber eine Geschmacksfrage und liegt es natürlich auch daran, was ihr mit dem Flugzeug machen wollt. Was machen wir mit dem Flugzeug? Geplant war sie ja eigentlich als schwerer Jäger, Jagdbomber, Aufklärungsflugzeug. Aufklärungsflugzeug, da wäre sie wohl in allererster Linie eingesetzt worden. Denn zu dem Zeitpunkt, wo sie tatsächlich in Produktion ging, war sie nicht mehr die schnellste. Das heißt also, andere Jagdflugzeuge konnten sie ohne Probleme einholen. Deswegen vermute ich einfach mal, dass wenn dieses Flugzeug tatsächlich noch irgendwo in den Einsatz gekommen wäre, hätte man es zu zwei Aufgaben primär herangezogen. Zum einen natürlich Aufklärungsflugzeug, dafür wäre sie wirklich super geeignet gewesen. Und zum anderen wahrscheinlich auch Ground Attacker. Mit der Bewaffnung, die sie vorne drin hat, kann sie so ziemlich alles am Boden zerlegen. Panzer, was weiß ich, was da so rumkreucht und fleucht. Wenn sie dann noch ein paar Bomben dabei hat, kann sie damit sogar Bunker knacken. Im Spiel sind es natürlich auch Basen, die wir angreifen können. Ob ich sie jetzt allerdings als Jagdflugzeug gegen andere Jäger einsetzen würde, das würde ich mal sagen, funktioniert nicht wirklich. Dafür ist sie einfach nicht wendig genug. Und als Bomberjäger bleibt abzuwarten, wie sie sich da darstellt. Ich habe das gar nicht erst probiert, weil die meisten Bomber, die auf dem BR rumfliegen, komplett ausgeskillt sind und da versucht man dann an die Dinge ranzukommen. Man hat schneller Löcher im Flügel, als man gucken kann. Deswegen habe ich mir gedacht, gut, die benutze ich jetzt einfach mal als Ground Attacker. Sicherlich kann man damit auch Flugzeuge abschießen. Ich habe damit relativ viel Spaß gehabt und ich freue mich jetzt schon auf die Version mit Bomben unten drunter, wenn ich mir die dann irgendwann die nächsten Tage mal kaufen werde. Ihr seht das ja hier, erforscht ist sie schon lange. Nur gekauft habe ich sie noch nicht. Muss ich jetzt irgendwann mal nachholen und dann werde ich da vielleicht auch nochmal ein Video machen. Wir gucken uns jetzt erstmal das Video an. Bis nachher. cielo Gegen Briten, Amis und Russen. Wer ist auf die Jets wearing this? Und wir fliegen auf 7.0. Ich habe ein 5.7, äh 5.3er Flugzeug. Ich habe 5.7, mir geht das. Ich habe 6.0. Ach ja. Das kann lustig werden. Da fliege ich einmal mit und dann sowas. Das sind die einzigsten Propellerflugzeuge. Wir sind die Underdogs. Mit uns rechnet keiner. Und das macht es dann schon wieder. Wir sind die Punktelieferanten. Aktiver Punktespender. Ach du, nein, Punktespenderausweis in der Tasche. Tja, wir sind wie die Österreicher bei DEM, ne? Wir sind dabei und die anderen freut sich. Die Deutschen haben gestern auch nicht geleuchtet. Naja. Ein kurzes Glimmen im Dunkeln zum Schluss. Und dann hat es den Arsch gerettet, fängt der eine da an. Hand zu spielen. Das erste, was ich gesagt habe, als ich das gesehen habe, den will ich nicht als Nachbarn. Im Moment wird die gerade Island zerlegt von der Franzosen, ne? Echt? Schade. Halbzeit war 4.0 schon für Frankreich. Ach du Scheiße. Schade. Ich hätte es den Isländern gegönnt, wenn sie noch weitergekommen wären. Allerdings den Franzosen gönne ich es im Moment auch. Die haben so viel mitgemacht in ihrem Land. Können sich ruhig mal wieder ein bisschen freuen. Ja, am Isländer 4-0 ist schon... Na ja, das für mich geilste Spiel bisher in den letzten 10, 20 Jahren, das ich gesehen habe, war Deutschland-Brasilien bei der WM. Da hat es mich hier vom Sofa gehauen. Echt, ey. Hatte meine Frau wieder wach gemacht. Sag, ey, hier, du musst dir das angucken. Lass mich in Ruhe. Sag, Brasilien. 8.0 zurück. Hör mich zu verarschen. So, aktuell steht es 15. Ja, eigentlich. Mit der D9 kann man eigentlich ganz nett Notleistung fliegen und irgendwie wird der Motor nicht warm. Cooles Teil. Ich sag das nicht zu laut, sonst hört gar Jindas und ändert das. Ja, räumst du unten da ganz gut auf. Was sagst du so? Die weichen aus, die Säcke. Die fahren von der Straße runter. Die drehen sogar wieder um und hauen ab. Ja. Wann haben die das so geändert? Die waren doch früher spur doof. Es gibt schon immer. Echt? Ist mir das nur früher nicht aufgefallen, oder was? Wolltest du sagen, ich warte an das Spiel, fahren die immer davon. Um auszuwählen. Die ist viel Willkommen. Egal wie hoch du bist, eine Spitfire ist immer höher als du. Und das ist viel Willkommen. Okay. Ja. Okay. 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 Das war's für heute. Ich habe ein Jet ausgetönt, eine F-80. Bis mit deinem Flugzeug. Jetzt kommt sie wieder. Oh ne, 2-4. Gibt's Fluch auf mich? Okay. Ah. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich glaube da mit diesen Flugzeuge gemeint, die sowohl als Jagdflugzeuge als auch als Bomber eingesetzt werden können. Hochschlag, ja? Hochschlag, ja? Hochschlag, ja? Und wieso kriegt er nur 1400 Punkte dafür? Normalerweise bringt ein Kill 1200 Punkte. Nee, ich glaube so viel nicht, oder? Ich hatte ja eben nur einen abgeschossen und habe dafür 1200 Punkte oder 1100 Punkte gekriegt. Aber das ist ja mit der Punktevergabe sowieso manchmal nicht schmarrer. Was sie kann, ist unheimlich geil stürzen, ne? 700 kmh, das interessiert die auch gar nicht. Das ist die F-280. Ja, flicken wir wieder zurück. Ja, obwohl da hinten sind Landungsboote. Geblieblich, ja. Das ist ein Inu Spitfire, das auf der Bekanis. Und sowieso jetzt die nächste Zeit wieder mehr fliegen und weniger Panzer fahren. Brauchst du wieder Geld? Nee, das nicht, aber ich habe im Moment keinen Bock mehr auf Panzer. Kannst du euch sagen, da ist zu viel Scheiße im Moment. Ja, komm auf an, mit welchem Panzer du fährst. Ja, aber ich würde mich freuen, wenn das halt für alle Panzer gelten würde, dass das vernünftig läuft. Ich bin heute noch wieder den britischen Cromwell gefahren, hier der mit den vier Raketen. Die vier Raketen kannst du nicht gebrauchen. Das ist auch nicht weiter wichtig. Für mich ist viel mehr wichtig die Munition von den Dinger, ne? Du musst mir zum Teil vier, fünf Mal in den Gegner reinballern, damit er auseinanderfällt. Und die Gegner schießen immer nur mit einem einzigen Schuss zurück. Und das ist sowas von unausgewogen hier in diesem Spiel. Und wenn die ganzen Idioten, Entschuldigung, mit denen du teilweise hier gematcht wirst, ne? Die wirklich im RB mittlerweile fahren, als wäre es AK, der sich da instant in den ersten fünf Minuten wegballern lassen. Da kommen ja fast keine vernünftigen Matches mehr zustande, ne? Nee. Natürlich könnte ich den ganzen Tag Spaß haben, wenn ich mit meinem Tiger 2 durch die Gegend fahre. Aber dafür gibt es hier ja nicht Content, ne? Also die AP Munition von den Amerikanern, da müssen die was dran machen, dann kann es noch nicht richtig sein. Bei den Prieten geht es glaube ich noch, aber bei den Amis ist es ja grauenhaft. Ich dachte auch, dass es bei den Prieten noch geht, aber ich bin ja auch früher ganz gerne den Cromwell gefahren. Ich habe da ja auch ein paar Videos mitgemacht, auch unter anderem wie ich da mit 5-7er gejagt habe und sowas. Ja, Cromwell mag ich ja auch, richtig. Im Moment habe ich den Eindruck, dass selbst die AP Munition von den Dingern mittlerweile so dermaßen... Hast du die wieder genervt? Ja, ja. Das ist fast wie auf US-Niveau überall. Ich habe heute auf Berlin-Laders einen KV-1 von der Seite gepackt. Und ich habe den in den Turm und in die Wanne direkt 90 Grad 6- oder 7-mal reingeballert, bis ich den Entgelschrott hatte. Ich habe hier eine 50mm-Knur und schaffe es nicht, die so scheiße lange spolen zu können. Und die zwei, die jetzt hier auf den Flughafen zugefahren sind, haben wir hier rausgenommen. Jetzt brauche ich nur den Arrest. Ich hoffe mal, dass das klappt. Oh, ich müsste gleich langsam mal zurückfliegen. Ach, kein Bock mehr auf die Scheiße, ich fliege zurück. Ich würde dich gerade unterstützen. Ich würde da lieber weggehen, da sind überall die Schiffe, die mit Flock auf dich schießen. Ja. Mich demoliert. Ja, nur einfach, bis die Lammungsboote in die Nähe kommen. Ja. Ja. Das läuft aber jetzt gut für uns, die anderen sind fast alle tot. Ich habe auch nichts gemacht. Ich gehe doch auf die Lammungsboote. Ich glaube, wie lange ich die doch hinter dir her schießen, die Zerstörer. Das ist ja der Hit. Huch, dass wir schon die Landebomben. Die Landungsboote angreifen ist tatsächlich ziemlich schlecht. Da ist nur die Geron. So, da sind wir wieder. Ihr habt die beiden Matches gesehen. Ich fand es eigentlich spaßig. Mir hat das Flugzeug Spaß gemacht. Ich habe mich allerdings auch auf die Stärken konzentriert, die ich bei ihr tatsächlich gesehen habe. Ich bin hin und wieder auch mal mit Kollegen von CEPOC geflogen, die dann auch die DO 335 mitgenommen haben. Die haben damit natürlich andere Sachen probiert. Vornehmlich haben sie versucht, Flugzeuge damit zu jagen. Das hat nicht so wunderbar funktioniert. Und relativ schnell hatten die den Kaffee auf. Und da kann ich nur immer wieder euch allen empfehlen, versucht die Flugzeuge so einzusetzen, wie es im Spiel am meisten Sinn macht, wo ihr am meisten mit Erfolg habt. Wenn ihr mit dem Einsatz als Ground Attacker Erfolg habt, dann bringt euch das auch was. Es bringt euch Silverlines, ihr könnt das Flugzeug ausbauen und ihr könnt andere Maschinen erforschen, weil ihr eben Erfolg habt. Wenn ihr das Flugzeug als Jagdflugzeug einsetzt, es aber gar nicht könnt, es gibt natürlich auch Spiele, die sowas können, aber es gar nicht könnt, dann werdet ihr relativ schnell gefrustet sein, weil ihr keinen Erfolg habt. Das heißt, ihr bekommt eure Module nur schleppend ausgebaut, ihr bekommt keine Silverlines zusammen und eure anderen Forschungsprojekte kommen natürlich auch nicht voran. Also hier einfach mal so eine Empfehlung von meiner Seite und das gilt für sämtliche Flugzeuge hier im Spiel. Setzt die Flugzeuge so ein, wie ihr damit am besten klarkommt. Und wenn ihr wirklich Flugzeuge habt, mit denen ihr überhaupt nicht klarkommt, davon habe ich auch eine ganze Menge Flugzeuge, dann versuche ich immer das Einfachste mit dem Flugzeug zu machen, nämlich Bodenziele kaputt zu machen. Das funktioniert oft sehr, sehr gut. Man hat fast in jedem Match auch irgendwo Erfolgserlebnisse und kommt trotzdem voran. Das einfach nur mal so von meiner Seite. Eventuell habe ich heute mal wieder das eine oder andere erzählt, was ihr ganz anders seht. Das ist ganz natürlich. Natürlich, ich kann mich auch nur schlau machen und so ein bisschen einschätzen. Ich bin auch jetzt nicht der erfahrenste Pilot, das wisst ihr selbst. Ich gucke immer, was kann ich als Anfänger am besten mit so einem Flugzeug anstellen. Wenn ihr andere Tipps habt, andere Einsatzmöglichkeiten, dann schreibt es unten in die Kommentare. Die anderen Leute lesen das ja auch und vielleicht habt ihr ja auch ein paar Tipps dabei, die wiederum anderen Lesern weiterhelfen als das, was ich jetzt hier erzählt habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr weiterhin Let's Play-Wünsche habt, schreibt es unten in die Kommentare. Kommentare, Anregungen, Ideen, einfach alles unten in die Kommentare. Wichtig ist, dass ihr das Video liked, wenn es euch gefallen hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss, euer Imklin.